Was ist ein biografisches Sachbuch? Ja, Michael Martin ist schon ganz, ganz viele Jahrzehnte unterwegs, meistens mit dem Motorrad rund um die Welt und jetzt hat er ein Buch über sich und seinen Werdegang geschrieben und es liest sich wirklich spannend und ist auch für den eine, glaube ich, tolle Lektüre, der sich für Fotografie interessiert, der vielleicht auch Spaß hat an besonderen Aufnahmen. Er beschreibt also hier sehr genau, mit welcher Kamera er was fotografiert hat und wie auch die Kameras immer besser wurden in seinem Leben. Die Welt im Sucher, ja genau so, ist Michael Martin immer auf der Suche nach dem besten Motiv. Und ich fand beim Lesen, er hat es echt gut getroffen und ja, man versteht dann nachher, glaube ich, auch seine wunderbaren Bildbände besser.